Also das Bienenvolk bei meinem Firmensitz ist heute brutfrei. Wir haben hier Mitte November und wir haben hier nach wie vor noch eine erhöhte Anzahl von Varormilben drin. Das kann ich hier über die Bodenplatte ermitteln, über die Windel sozusagen. Das ist das Ergebnis jetzt von ich glaube fünf oder sechs tage war jetzt die Diagnose hier drin und ich nehme einfach mal hier die Spritze um euch das zu zeigen. Ich zähle jetzt nicht alle durch aber nur dass man so einen groben Überblick mal hat wo man auch hingucken muss. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Also mehr brauche ich gar nicht weiter zählen. Das ist way too much. Es darf keine Milbe pro Tag fallen. Hier fallen jetzt aber mal mindestens fünf pro Tag. Das ist viel zu viel. Aber Gott sei Dank ist dieses Bienenvolk nun brutfrei und kann mit der Oxalsäure-Dehydratlösung nun Rest entmilbt werden. Wir werden bei diesem Bienenvolk tatsächlich etwas über 40 Milliliter brauchen. Warum? Weil das doch ein sehr sehr starkes großes Bienenvolk ist. Ich zeige es euch gleich. Also ich gehe jetzt hier auf 45 Milliliter. Das ist eigentlich eine Ausnahme weil normalerweise mache ich maximum 40 Milliliter. Man muss sich allerdings immer anpassen auch an seine Bienenvölker und das ist so ein riesengroßes Volk. Das hat den Standard durchbrochen sozusagen und dann muss ich auch ein bisschen eine betriebliche Abweichung dann nehmen. Die Oxalsäure wird übrigens hier immer in diesem warmen Wasser jetzt gelagert. Wenn das Wasser jetzt auf meiner Wegreise bei den nächsten Bienenvölkern kalt werden sollte muss ich irgendwo einen Zwischenstopp machen und wieder mit Wärme auffüllen. So kurz anknacken. Jawohl. So kurz anknacken. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache mal die Seite von vorne. Ich hole mir jetzt die ganz großen Tropfen hier zurück. Diese kleineren Tropfen da dappen sie drüber und verteilen das. Die großen Tropfen die sollte man nochmal manuell aufziehen. So es verbleibt jetzt noch was für den oberen Part. Okay. 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 Super. Der Milbenfall der Oxalsäurebehandlung der hält jetzt für circa drei Wochen an. Ich zeige euch was da an Milben runter fällt. Das kann nämlich bei dem Volk wirklich erschreckend viel sein. Ich mache jetzt auch extra für dieses Firmensitz Bienenvolk eine neue Playlist auf. Dass einfach die Menschen die das beobachten einfach hier ein einziges Bienenvolk mal als Referenzwert über die komplette Jahresverlaufsentwicklung beobachten können. Also bis zum nächsten Termin und der wäre hier in acht Wochen, ne Entschuldigung sechs Wochen habe ich gesagt und in sechs Wochen öffne ich wenn das Bienenvolk so okay ist einfach nur die Klappe. Das zeige ich euch dann in einem Video in dieser Playlist. Ciao.